hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zu hellblade 2 heute geht um alle sammlerobjekte das bedeutet im gegensatz zu den kompletten guides versuche ich das ganze ja relativ komprimiert zu machen es sind trotzdem fast 45 minuten gewesen für alle sammlerobjekte 35 stück an der zahl und zwar haben wir zum einen die leeren säulen und zum anderen vom spiel genannt gesichter da muss man gesichter aufdecken und haben auf diese art und weise dann die möglichkeit dahinter einen baum zu finden ich habe probiert hier mit dem video sage ich mal immer so früh wie möglich einzusteigen oder besser gesagt an einer stelle die euch so bekannt wie möglich vorkommt um dort zu erkennen okay da muss ich lang laufen ab hier muss ich aufpassen ein sammlerobjekt zu bekommen wir haben keine ingame map das bedeutet dass ich euch das nicht zeigen kann und haben hier momentan gerade bereits vor der nase das erste und einzige sammlerobjekt das es in kapitel nummer eins gibt das ist also alles was hier zu tun ist ich habe das ganze natürlich aufgeteilt in die einzelnen kapitel wir werden jetzt gleich in kapitel nummer zwei springen und ihr habt ja auch bestimmte schnell reisepunkte oder besser gesagt bestimmte checkpoints die ihr auswählen könnt in der kapitel auswahl wie hier zum beispiel freislauf gesichtet das ist direkt der start natürlich hier von kapitel zwei wir gehen gerade direkt rein in das spiel oder besser gesagt in das zweite kapitel sind ja am anfang im dialog und haben dann hier gleich die möglichkeit eine leeren säule einzusammeln wann immer das im spiel möglich ist habe ich das auch so gemacht dass ich die sammlerobjekte versucht habe ohne cut zusammen aber zwischendurch sind da einfach riesengroße ja sag ich mal kampfsequenzen cut scenes und alles mögliche dass das nicht möglich war aber halt wie gesagt ansonsten ist es so dass ihr normalerweise vom einstiegspunkt her kennt da im spiel bin ich so dass ihr am besten das video sag ich mal nebenbei laufen lasst guckt ganz kurz wo ich mich befinde ob ich gerade ein rätsel gelöst habe wo ich mich welche leute ich gerade um mich habe welche dialogsequenzen gerade abgelaufen sind das sind immer sehr sehr gute anhaltspunkte denke ich mal um dann zu erkennen okay hier muss ich jetzt aufpassen hier kommt das nächste sammlerobjekt ihr könnt ja auch in der kapitel auswahl genau sehen euren eigenen fortschritt dort ist ja ganz genau aufgelistet wie viele gesichter und wie viele leeren säulen euch fehlen um das ganze komplett zu machen und so habe ich das ganze video aufgebaut wann immer ihr wirklich sage ich mal aus irgendeinem grund vielleicht auch anderen puzzle scheitert oder ähnliches empfehle ich euch natürlich dann einfach meinen komplett guide zu nehmen 100 prozent von jedem kapitel momentan aktuell auch für euch nur interessant kapitel 1 bis 5 in kapitel 6 gibt es keine weiteren sammler objekte also ihr müsst nur von 1 bis 5 aufpassen 6 könnt ihr euch ganz in ruhe auf die story konzentrieren und habt dort keine weiteren sammler objekten auf die aufpassen müssen hier auch wieder so eine ganz markante stelle wir haben also im dorf dieses rätsel gelöst dass wir diese tür öffnen können und sobald wir durch die tür schreiten begeben wir uns zum nächsten sammlerobjekt ich denke dass damit wirklich jedem geholfen sein sollte auch ohne ingame map die ganzen sachen zu finden ich habe dann später noch mal sogar in den weiteren kapiteln noch mal das gamma ein wenig hoch gedreht damit das ganze ein wenig besser noch für euch eventuell zu erkennen ist wo ihr genau seid an welcher stelle es ist das spiel ist ja doch an manchen stellen sehr dunkel und damit sollte euch hoffentlich geholfen sein hat euch das video geholfen hat es euch gefallen denkt bitte an den daumen nach oben ganz wichtig kommentiert auch sehr sehr gerne interaktion immer eine ganz wichtige sache wo youtube sein maß setzt ob das ganze gefunden wird in den zuergebnissen oder nicht deswegen auch einen kommentar freue ich mich sehr drüber ansonsten wünsche ich jetzt viel spaß und viel erfolg mit den sammler objekten ich danke euch fürs dabei sein und sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer goodie die schalds sagen dass in grettier's time a nearby farm was plagued by hauntings a shepherd called glamour was killed by some evil force found dead in the snow bloated and black his body could not be taken to burial because he was held fast to the ground so it was left so it was left three days after his death the body was missing so 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 Das Land ist kursiert, Senua. Wir werden nur die Todes finden. Alle Menschen sterben, und du wissen, dass sie dich verletzt werden. Alle Menschen. Wir tun. Was werden wir tun? Was können wir tun? Ich will ihn. Ich will ihn. Ich muss nach Hause zurückkommen, um meine Leute zu kommen. Geht mit ihm, er kann dir helfen. Wenn du mit mir kommen, ich will dir die Hilfe ich kann. Aber ich muss euch warnen, ein Kreatur steckt meine Stadt. Ah, Illtoina. Wir können dir die Hilfe für eine Zeit, aber nicht die Sicherheit. Sie haben gesehen, Sie haben sie gesehen. Sie haben keine Hoffnung. Oh, zu meine Kosten. Zu allen's Kosten. Sie hat diese Lande. Sie hat diese Lande. Von hier, zu meinem Village in Red Heels. Wenn wir mit ihm gehen, sie wird uns finden. Wir finden sie. Vielleicht kannst du ihn finden, Senua. Wir sind die Kosten. Wir sind ein Kreatur. Wir sind ein Kreatur. Wir sind ein Kreatur. Wir sind ein Kreatur. Ich bin froh. Und dann kam der Volkane und die Schmerzen. Und dann kam die Menschen. Die Töger ist mein Settlement, wenn die Nacht fällt. Er schützt unsere Fähigkeiten und schützt die kleine Schmerzen, die wir haben. Wir sterben. Warum nicht wir weg? Wir haben versucht. Sie haben verloren. Es ist egal, wie wir die Zeit bekommen, als die Nacht fällt, sie schützt uns. Und wir haben hier Kinder. Wir sind hier. Menschen, die zu schwer zu schützen sind. Wir sind verletzt. Nacht auf Nacht, unsere Begriffe fallen. Er ist für dich zu helfen. Nein, er ist nicht. Sie brauchen dich. Sie sind tot, wenn sie nicht zurückkehren. Sie sind tot. Sie sehen Sie? Lachen! Lachen in die rewardeden. triple… Die Land ist broken. Ich liebte sie Mit Morris... ... sie Phillipos. Die chorlichen 크chen.. Die S给ukeim Deathen. Sie Cuando… Sie Native level. Sie lebt um hazeln. Sie kommen. Die Licht wird mit展qu charges uncertain. Be 귀fulness. Oh... Oh... It's not safe here. He said we would have refuge. Ah. 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 Look at me. Das war's. Wir werden es finden. Wir könnten dort sterben. Nein. Wir könnten sterben, versuchen sie zu finden. Sie werden uns das, was wir suchen. Sie sind gefährlich. Aber sie werden uns helfen. Wir werden sie machen. Machen sie? Sie wissen Dinge. Sie können Dinge sehen. Sie können Dinge hören. Sie sind diejenigen, die uns hier holen. Sie sind die Gefühle, die uns hier gebracht haben. Sie werden alle von uns schützen. Aber be注意. Keine mehr Sorgen. Be注意, Senwa. Das stopt jetzt. ... ... ... ... Was mit ihm? Ist das Torgestro von Borkovirken? Was ist er hier? Sie hat sich entschieden. All the lost ones. Only she can save them. All the people here dying in this nightmare. Only she can set them free. And she's running out of time. Every day that dies, every sun that sets, another loses their life. Night fading from their eyes and name cast away on the wind. And soon the sun will set for good. What is it? Fargrim, I told you they are hidden. The hidden ones. The hidden folk. Es ist Sanua, aber es wird noch mehr. Es gibt immer noch mehr. Gut gemacht, Sanua. Sie ist genug zu stark. Du wirst nicht sterben wie die anderen vorhin. Du wirst das überleben. Bagrama knew. Er kann sie sehen, wie sie wirklich ist. Er weiß über uns. Er kann uns auch hören. Er weiß über uns als auch. Er weiß nicht sie. Er weiß uns nicht wie die anderen. Er weiß sie. Er weiß sie. Er war nicht überraschend. Er weiß sie. Ich weiß nicht, dass, wenn die Zeit schwer sind, Sie fragen uns für die Hidden Folgen. Die Skalds sagen, dass die Nachbarn fought. Sie nur mit den Kniven... Show uns, Senwa. Die Skalds sagen, dass die Nachbarn ist. 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 Bitte? Yes, she can still hear them. She can. We can follow them. You have to follow them now. Oh. When? Das war's für heute. Die Skalds sehen. Die Skalds sehen. A deep, still silence that blinds her eyes till she thinks she will never see again. But there is a thread this time. Connects her to the ones above. She has promises to keep. She will not let them down. Where are we going, Senua? I have a bad feeling about this. I don't like this. What were they looking for? The hidden folk. What is this place? Just a cave. She knows what she's doing. It's a trick. Trust yourselves, Senua. In a land to the east, they know that... Still nothing special. It was a trick. It's getting smaller. Where is it taking her? Everything you have done has brought you here. To nothing. Nowhere. Maybe your father was right. Maybe you are nothing. Maybe you will die here. Just like the others. No one will remember you. You will be nothing. Don't let the torch die. If the light goes out, we will be lost here forever. Did they have to fight? She needs to be careful. Careful, Senua. The Scalds speak of how Gretir, now an outlaw... Look. There's there. A light. Shining. Oh, yes. Lighting your way. She was lost, but now... They are here. The hidden folk are still here. Light, there. There. Follow me. Beautiful. I'm trancing. What does it mean? It must mean something. There's something to be done here. There's something to be done. There's something to do. Find out. Yes. She found a way. Sometimes things hide in the darkness. Sometimes they hide in the light. Follow the light. Stop. And yet more darkness. More rock. Deeper and deeper into the earth we go. This could still be a trick. It could still be a trick. You could be lost here forever. I can't breathe. No, Senua, no. No. We don't know what's down there. No way. Turn around. Wait, listen. What was that? Voices. Is it them? Are they demons? What are they telling us to do? There's only one way to find out. Water, water, water everywhere. This must be a special place. Senua, you have to get out of here. You could still die. You could still die. There's only one way to go. I don't know what's up. You have to find it, Senua. I don't know. You are not! A path, yes. Look at the rocks, that's right. The light will guide the way. Will it? You have to trust it. This is a different kind of light. What else can you do but trust it? She doesn't have a choice. Sometimes she needs the light, but sometimes she needs the darkness. Through there. I told you. There was something in the water. There was something in the water. Something dark calls to us. What is it? Speaking to you? Asking for you. What does it want from us? It knows we are here. How can we prove ourselves? Can feel us. She has to prove herself. You must. What? Go for it. Thank you. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wenn du dich fallen, sie werden dich verletzt. Die Schäden werden dich verletzt. Sie werden nur die Böden. Kann sie es überlaufen? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wir können das machen. Wir können das machen. Remember zu breathe. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Es ist zu schrecklich. Manchmal, sie fühlt sich die Schmerzen nicht mehr enden. Oder besser. Es wird die Schmerzen. Es wird die Schmerzen. Bis sie ist sie unter der Schmerzen. Sie wird es in der Schmerzen. Sie wird es zu schmerzen. Es wird ein Veränderungsgericht. Sie werden sie aufgerichtet. Sie werden sie weitermachen. Aber da. Sie wird es in der Schmerzen. Sie wird es in der Schmerzen. Sie ist in der Schmerzen. Sie werden sie zerstellen. The Hidden Folk. She is close now. Can you feel them? Can you hear them? Close to their world. There can be beauty. They're here. There can be beauty. It is as much this place as the fire and sharp rocks and children does. Something called us here. Something called us here. Something special. See. See. This place is different. You see. They have a message for you. We give you this moment as reward. So still. Hopeful. Feel it. You know Senua. This is what it feels like when you follow your destiny. You know what to do. Drink deep. To this place. This place where you belong. Wander. Wander. For there may not be others. We know it. We can feel it. We can feel it. She knows. This is right. Life and light and warmth. In this life. You always met me. In this life. You always met me. You always met me. Das war's. Sie wissen, was es ist zu verlieren, Menschen wie Sie. Wie wir. Senwa. Du kannst du helfen. Du kannst. 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 seize. Aber sie hat sie nicht verlassen. Ich liebe sie. Ich liebe sie alle. Sie liebte sie. Sie hat sie verloren. Wir sehen uns alles. Die Hatsache in ihren Hörst. Schalberisi war von diesem Ort. Wir sehen uns wieder. Seek uns wieder und wir zeigen uns. Wenn Sie sie finden, schau uns nach dem Meer. Sie zeigen uns die Wahrheit. Die Welt ist schaffend. Die Welt ist schaffend. Fokus! Fokus! Was ist das? Fokus! Wir sind die Einzelnen. Wir wissen die Wahrheit. Wir werden unsere Worte wiederholen. Und wir werden sie zeigen. Das ist der Preis. Wenn Sie sich wiederholen Sie wiederholen. Sie müssen die Weg finden. Ja. người ausweich hierherm Physics. gerne nach はい. Es landen nochVES. Wir bestehen die Menschen, Was ist das? Was ist das nicht. Na die Welt. Das geht an uns. Ich werde es nicht mehr finden, als ich es verspürt. Keep looking. Ich werde es nicht mehr finden. Es ist nicht vorbei, bis es fertig ist. Untertitelung des ZDF, 2020 These people... There he is. What he does. He comes to the settlement. You will never leave them. She has to stop him. Find out the name of someone. Then you can destroy him. Release him. Look at him. She sees what he does. The constant storm. The constant fear. No sunshine. Nothing. No light. But the torches are still there. People here speak... They survive. In spite of everything. She is strong. Alstrutra holds them together. She deserves more than this. They deserve more than this. How has she kept them together? We must find her. She will help us. All Gretio's brave and fine deeds brought him misery. So fate explode. So fate explode. Men here will tell of how Jarl Harkon worshipped the giant Thorgerda and sought her aid in the middle of battle and the tide was turning against him. Fleeing to an island, he pleaded with her for aid. She demanded a sacrifice. She rejected all of his offerings until he at last killed his own son in sacrifice. Thorgerda gave aid and Harkon's enemies saw the giant striding amongst the ships. Arrows flying from every finger and never missing their mark. Their morale was sucked and Harkon won his battle. So und zu guter Letzt fehlen noch zwei kleine Erfolge. Die schalten wir frei, nachdem wir das Kapitel komplett durchhaben und besser gesagt das Spiel komplett durchhaben. Dann sagen wir einfach mal in den Einstellungen unter Audio Erzähler, entweder die anderen oder Drugs, je nachdem was ihr da auswählen wollt, sage ich mal die anderen. Startet dann eine neue Geschichte und dann kommt der Erfolg. Wie gesagt, ich habe ihn bereits freigespielt, sehen wir gleich, weil ich werde euch gleich noch einen zweiten zeigen, wenn hier der Ladescreen rum ist. Dann gibt es nämlich noch einen weiteren Erfolg dafür, dass wir in den Foto-Modus wechseln. Und das war es dann zu 100%. Dann habt ihr wirklich alles beisammen. Einmal hier nochmal in den Foto-Modus hineinspringen und dann sollte auch der Erfolg bei euch kommen. Wir schauen rein bei mir ganz kurz. Erfolge 11 von 11. Und öffne den Foto-Modus. Er war hier gewesen und ich glaube, den anderen habe ich ganz unten. Beginne ein beliebiges Kapitel mit einem alternativen Erzähler. Das war es. Die 1000 Punkte, die 1000 Gamerscore sollten bei euch auf dem Konto sein. Wir haben jetzt wirklich 100% vom Spiel abgearbeitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand das Spiel absolut mega. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung zum Spiel unten reinschreiben in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, ich danke euch fürs Vorbeisein. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und sage bis dahin so long goodbye. Keep gaming. Euer Kudi.